Ich mach gerade Kamera ab, pass auf. Stell mir vor, die Scheiben wären hier... Noch mal Deutsche. Stell mir vor, die Scheiben wären hier nicht. Was ist so ein Rockefeller? Ich mein, so wie beim Links da hinten. Ich glaub, du würdest hier runtergeweht werden. Was das meinst du? Ja, ja. Wir haben es doch noch nicht mehr Gitter. Nee, nee, gar nichts. Aber ich glaube, das ist Panzerglas. Ja. Bin ich mir nicht sicher, aber ich glaube. Mit einer speziellen Dingschicht zusammen. Oh, Bruder, mir... Was, was? Ja, ja. Ich bin mega. Kannst du glaub mal aufnehmen. How much risky we are? Ist das so eine Wetterstückkugel, würd ich sagen? Für die Wetter... Nee, ist eine Radarkugel, glaub ich. Ich hoffe, das hat nachher nicht geschlossen wegen Wind. Ich hoffe, das hat nachher nicht geschlossen wegen Wind. Ja, ich auch. Das wär jetzt natürlich jetzt gewesen, ne? Nein, das wär jetzt echt gewesen. Meine Müsse. Das wär nicht mehr. Der war gut. Der war nicht schlecht. Ich mach mal lieber mit meinen Fritten noch weg. Ansonsten würde ich auch gleich weg. Oh shit. Aber was hier runterfällt... Was hier runterfällt, würde man wärmer mal wieder. Würde nicht eh. Aber es fällt... Alter, es fällt immer geiler. Ja, ich weiß. Oh, wie so eine Feuerwand. Ja, eben. Das ist Hammer. Ach, da ist es ein paar. Ist ja gar nicht so weit von hier. Mal gucken, ob ich da ran suchen kann. Ob da Leute sind, ob wir die sehen können. Aber da sind Leute. Ja, klar. Wink mal, die winken zurück. Du winkst aber noch. Ja, natürlich. Die winken auch. Der hat auch so mit Kamera geguckt. Ja, aber hier können wir auch noch geile Bilder machen. So, lass mir die abends noch fünf Minuten und dann...